Well, let me tell you a little something about me When it's Saturday night, I need To blow off some steel One, two, three, go! Servus und herzlich willkommen zur Anfolge Wir trinken schon wieder ein Bier Heute trinken wir Im Bayern-Spezial Im Bayern-Spezial übrigens, richtig Ah, Zwicklbier Wir haben's den Zwickl Steiner Steiner Bier Zwickl Schau Ah, ist das fein, gell? Ah, mhm Ein Träumchen Ja, gib euch durch Ja, hast du schon die Lampen ab von deinem Schnaps, ne? Die haben schon noch gerade die Gelenke Genau, Bio Braugerste Ah Das ist Bio Bio Zutaten, Wasser, Gerstermalz, Hopfen, Hefe Äh Gärungskohlensäure Aus ökologischem Land Landbau Ihr wisst so Bescheid Das ist aber kein richtiges Zwickl Guck mal, guck mal, hab ich's doch bescheiden schön gemacht, oder? Wunderbar, du bist der Beste Fast perfekt Gut Muss er noch mit raus? Nee So Oh, weißt du Da kommt wieder der Profiangeber Alkoholikon Wir haben 5,3 Umdrehungen Ne? Naturtrüppel Bio Zwickl sogar Was ist denn? Naturtrüppel, oder? Ja doch, es kommt Ja, es kützt Es kützt so langsam Ja, Mennes Ja Wohl Ist doch unser Beste liegt Na ja, leckst du mir am Arsch Süßlich, ne? Oh, lecker Also mild Mild und süßlich Süßlich im Geschmack Da schmeckst du aber die Hefe jetzt gar nicht wie bei einem Weizen Na, na Wow, na gut Sehr geil Seit 1489 Steiner, Original Ja, das ist übrigens die geile Brauberei, die den Felsenkeller da hat, ne? Wo die Braustube in den Fels reingetrieben wurde, oder so irgendwas Oh, ok, gut zu wissen Irgendwas da 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 müssen es zwar hin Ja, Freire Original Kimgauer Mir Spezialität Vom Herzog von Stein Herr Stein, Sie haben alles richtig gemacht Ein von 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 Stein Das ist ein Adel Ein Adel Ja Also kann ich ihn ruhig so nennen, weil wir haben es auch der Adel Ja, wir sind es der Adel Ein sehr, sehr gutes Bier Ja Lecker Wirklich lecker Süffig Sehr süffig Auf jeden Fall Auf jeden Fall das 12.000. Bier in dieser Woche gefüllt Ich glaube, wir haben alle regionalen Biersorten fast durch, oder? Nein 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 Ja 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 Haferbier möchte ich probieren Haferbier möchte ich probieren Gibt's das? Ja Das ist ein englisches Bier, es gibt Haferbier Das trinkt man in England, es gibt da wohl eine Region, wo man das trinkt Ja England aus Bier Bier aus England Soll das Soll das machen? Ja Wie gesagt Haferbier Würde ich gerne probieren Ja Tut das Aber das kriegt man nur im Internet bestellt Ist doch egal Dann bestell mal zwei Flaschen Drei Weil wegen Trinkvideo Das soll nicht so geil schmecken, das soll aber eine Spezialität sein Ja Das hat ein berühmter Freibeuter gerne getrunken Captain Jack Sparrow Nein, nicht der Blackbeard Nein, das sind doch keine berühmten Freibeuter Freibeuter Ja Piratin Ja Von der Majestät bestellt Ah Ja, so wie Arnold Schwarzenegger Auf jeden Fall Wisst ihr Bescheid Was ist da? Hm Hast du alles gesagt? Nein Ja, dann machen Ja, das Brumm Wenn das Video gefallen hat auf jeden Fall ein Däubchen und ein Abo Ein Abo wäre richtig geil Und wir sagen bis zum nächsten Mal was bestimmt die Kürze passieren wird Ja Ich sag's doch mal Bis gleich Gell Hobe die Ehre Servus M anom definition WELCOME TO Favl Wir sind jetzt hier die Favl Däubchen Däubchen Das ist hier Däubchen 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 Däubchen